so bist du einfach unter nem baum warte ich könnte ja sagen wo es kalt 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 oh ganz kalt wärmer 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 heiß heiß ich weiß wo es hat jemand von euch batterien für mein entfernungsmesser da zeigt mir nämlich 0 meter an wenn du in einem busch liegst ist es klar dass man dir 0 meter ein zeigt ach hast recht gehabt ich glaube ich denke ich genau auf dinge zu das ist wie so eine scheiß einbeug hilfe ist ein kassheim dazwischen fängt an zu bieten wir müssen weiter hier lang batterien hast du ja schon mal batterien gefunden das denn ein ladegerät für die batterien ja du musst eine busch batterie rein ach so wir müssen aber auch mal ein buschen und irgendwo ist schon mal eine steckdose gesehen was ist das ne aber stromleitungen was hast du jetzt von schwenker gemacht hast du was gesehen wir rennen nase hinterher mama guck mal auf mich rase rechts in rase hilfe nase helft meins wir müssen es mit bohnen bewerben oder dich mit tzatziki damit du wieder weiß wirst ha 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 wisst du was cool wäre an dem spiel gibt es so viel wälder wenn es mal wölfe oder bären geben würde oder so zombie bären jetzt kommt mir eine ganz blöde frage gibt es in russland bären na klar gibt es da bären junge wölfe wölfe keine ahnung kann sein haribo bären teddy bären gibt es überall wenn dann so ein geht eine karre mitten auf dem feld ne da ist noch eine ja bei dem strommast da drüben aber ich habe die andere nicht gesehen wo ist denn da hinten irgendwas heutzutage so bein die navigator du weißt du den durch da ist ne kuh ne kuh komm wir holen uns die kuh dann stehe ich mit meiner uzi abknallen mach doch hey weee weee ich sehe auch einen hase den seht ihr nicht hä ist weg wo ist denn die kuh hin da hat es weggeuzieht ich habe die mit meiner gehackten waffe getroffen und die ist verschwunden das ist wie eine setwaffe von stargate kacke im dritten mal schießen ist er verschwunden wir müssen in den anderen wald jetzt da rein ok die nächste kuh tötet die nächste kuh tötet ihr die nächste kuh tötet ihr jawohl die nächste kuh tötet du genau also wisst ihr bescheid nichts ist besser wie meine uzi ein schuss und der gegner verschwindet das können wir aber nicht looten vielleicht hast du ja jetzt weggebeamt ich habe die ins munterschiff gebeamt aber ja ich habe nur die fernbedienung verlegt damit uns die karre auch abholen kann ja ja scotty bimmig hoch die hier ist das da etwa ein kirchstrom ne das ist eine baumspitze du lachst mir ist das aber aufgefallen ha toll du siehst ein baum war lauter bäume net äh es war lauter wälder net rechts ein baum links ein baum in der mitte in den zwischenrahmen überall ist in der kirchenscheiße ja da sind wir wieder im wald und knien nieder eigentlich könnte man ja auch nach würmern graben hier ist der schnippe wo ist denn der bandy den suche ich auch grad warte mal vielleicht könnte ich jetzt mit meinen thermo mal fix wenn du den mit thermo schon jetzt siehst dann ist er schon am arsch der welt ich sehe den doch gar nicht ich habe doch noch gar nicht geguckt mit thermo dann mache doch mal ich sehe ihn aber nicht da ist er oder bist du das ja dann hä ne das war der masterplaster ja ihr seid mir aber schon halbwegs hinterher gerannt oder ja übers feld und dann ging der waldlosen du was weg weil ich zu meinem zu einer immu immagunären kirche ah da kommst du immag immag wie heißt denn das immagunär 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 mit i oder u immagunär 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 Wir wollen aber keine Werbung machen Ja, dann schneid's raus, bitte Okay, Moularmilch, 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 sie schmeckt Weg, was ihnen erschreckt So, jetzt haben wir aber ein riesen Problem, ich kann schon keinen halben Film schneiden Die Pizza Hut, die Pizza Hut, die Taggiborz trinken, die Pizza Hut Weg, Donald, weg, Donald Und er hat einen Schaden, hat einen Schaden Schaden, 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 Schaden Schaden, Schaden Werbung machen, der verkauft eh keine CDs mehr Pizza Hut verkauft geile CDs mehr Warum's denn jetzt dann? Weil's scheiße ist Hey, das war doch vom... Wie hieß der? Der Etsy, oder? Aber wie seid ihr schon wieder? Ja, du rennst ja hier, wie blöd Wie angestochen Wenn ich dich jetzt wieder finde, muss ich leider schießen Da kann ich aber auch nichts dafür Ja, da rumrennt ihr So, warte halt mal kurz, ich guck mal noch mal kurz öfter Karte hören, dann geht los Also da unten ist schon mal ansatzweise ein Ort Vielleicht ist es ja der Ja Mann, die wird jetzt sicherlich sagen Nein Zombie Zwei Zombies Wo siehst du denn die Zombies? Zwei Zombies sogar Wo siehst du denn die Zwei Zombies? Da hinten und da hinten Ah, da hinten auf dem Feld läuft noch einer Da hinten auf dem Feld läuft noch einer Da hinten auf dem Feld läuft noch einer Da ist ein Hopper Mhm Ja, den hab ich gesehen Ja, wir müssen hier runter in die Stadt da Ich hab ein Thermalbubble Ich hab ein Thermalbubble Oder wollt ihr noch links in die Scheune reingucken? Ja Oh, naja Aber Scheune liegt ja eigentlich nichts interessantes drin Was ist denn das überhaupt für eine Stadt? Moment Ich hab gerade gar nicht hier Navigiert Mitnavigiert Selenogorost Ah Unsere Lieblingsstadt waren die Unsere damalige Lieblingsstadt Oh, ja Zombies Was? Wo, hä? Links auf der Straße Zombies Ja, ne da ist ja die Scheune Ja, meiner Meinung nach Es hat doch vor dich das gesagt Es hat doch dich gebissen Und dann Bist du wieder rumgehalten Der hätt mal ihn töten müssen Alter Das war's Was denn? Wie tust du sowas? Der wollt mich grad beißen?